Hey! Diesen Gruß werde ich nie verstehen. Man kann es vielseitig einsetzen. Erlaub dem anderen sich ein Gesprächsthema auszusuchen. Und wenn der über nichts reden will? Dann sagt er eben auch hey. Hey! Jetzt kann aber der andere, die Person, die nicht reden will, übertrumpfen, wenn er meint, dass das Reden doch nötig ist. Hey! Ich hasse es, überfallen zu werden. Am Ende hat man den anderen erwischt, nur das zählt. Ich meinte aber nicht die Sheyang. In meiner Welt, da ist Verlust das am schwersten zu bewältigende Gefühl. In meiner Welt ist Schmerz zeigen ein Zeichen von Schwäche. Nach dem, was du erlebt hast, fühlst du keinen Schmerz? Glaub nicht, dass du mich verstehst, John. Oh, das ist nicht fair. Das ist nicht fair, Aaron. Du machst mich ständig dafür an, dass ich zu weich bin, aber in manchen Momenten ist es von Vorteil. Und jetzt ist so einer. Ich glaube, ich verstehe dich sehr gut. Es ist nicht möglich, dass du weißt, was ich fühle. Wenn ich irgendwann wieder die Möglichkeit habe, in meine Welt zurückzukehren, dann werde ich bei uns spazieren gehen und mein Haus sehen. Der Zwagen im Garten liegt von einem Freund, das Fahrrad, und dann, dann gehe ich rein. Ich gehe durch das Wohnzimmer rauf in mein Zimmer. Ich hatte ein Poster von Clint Eastwood. Zwei glorreiche Halumpen. Und dann denke ich, was wäre, wenn alle tot wären? Was wäre, wenn alle meine Freunde und meine Familie da liegen würden und tot wären? Wenn ich dann nach Hause komme, wie wäre das? Sieht aus, als hätte ich mich geirrt. Ich bin der Planet. Ich heiße John Kreit. Bin Astronaut. Ich wusste, Herr Streitfeller. Hast du dich im Bus aufhört? Ich gehe auf einem Rauchschiff im Universum umher. Es ist ein lebendiges Raumschiff, voller merkwürdiger außerirdischer Lebewesen.